Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für italienischer Nudelauflauf. Italienischer Nudelauflauf schmeckt erstaunlich gut und ist eine kulinarische Aufwertung der Nudel. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 400 Gramm Pasta, zwei bis drei Handvoll frisch geriebener Parmesan, zwei Kugeln Mozzarella, 400 Gramm Tomatenfleisch, zwei Zwiebeln, drei Knoblauchzehen, sechs bis sieben schwarze Oliven, drei Esslöffel Olivenöl, ein Esslöffel Butter, Basilikum, Oregano, frisch gemahlener Pfeffer, Salz. Folgende Utensilien werden benötigt. Topf, Auflaufform, Schüssel, Sieb. Zubereitung Soße Das Olivenöl erhitzen. Zwiebel und Oliven hinzugeben und braten bis die Zwiebeln goldgelb sind. Basilikum, Oregano, Tomaten und Parmesan hinzugeben. Knoblauch klein gehackt hinzugeben. Ein wenig vor sich hinkochen lassen. Mit Salz, Parmesan und den Gewürzen abschmecken. Nudeln Die Teigwaren nach Anleitung in Salzwasser al dente kochen. Abgießen und mit einem Stück Butter verfeinern. Auflauf Auflaufform mit Butter ausstreichen. Eine Schicht Nudeln hinein. Eine Schicht Tomatensauce oben drauf. Emmentaler oder Mozzarella drauf. Nudeln, Tomatensauce, Mozzarella abwechselnd hinauf bis auflaufvoll ist. Nicht mit den Nudeln aufhören. Noch eine dickere Schicht Käse drauf. Bei 180 Grad Celsius im Backrohr überbacken bis der Käse oben braun ist. Als Beilagen eignen sich Eisbergsalat, Feldsalat, gemischter Salat, insalater Mister oder Kopfsalat. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!